weil wenn es nacht wird mache ich das lagerfeuer einfach an finden uns aber ich glaube dass du mich eigentlich davor finden solltest grafen sind nervig naja jetzt hat er das lager vorhin gemacht eh klar oh da ist ein sarko schnell weg naja sarko kannst du eben mit easygoing umbringen ja ich will jetzt sagen ich wollte wirklich schnell zu dir kommen du musst ja eh schon da sein ich bin ja noch nicht einmal so weit weg naja will er jetzt nicht weg rennen einmal die depperte grafe so naja ok jetzt rennt sie weg so was da vorne ist der scheiß agentar ist mit dem habe ich probleme wenn ich den alleine mache überlegen 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 so ich fresse mal drei steaks voll fleisch oder sowas und hau mal das zeug weg das ich nimmer brauche oh 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 das kann man wegschmeißen weg damit weg damit und da ist ein raptor und raptor sollte ich killen wieso greift er nicht mich an kommst du her raptor oder gern jetzt kommt er brav was auf einmal ist er wieder umgedreht was geht mit dem jetzt gerade wo die giraffe wieder kommt oder was der ist wirklich abgehauen verstehe ich es nicht ja den agentar ist gerade kill ich kurz der ist nur level 8 der sollte gleich sterben ja genau der effekt auch umbracht das dämliche ist dass jetzt gerade keine fliegen sind und ich will aber jetzt nicht so weit weg wenn johannes herkommt der arme frosch wieso der arme frosch schlüterfan der arme frosch ist urstark der muss nur urviel essen das ist das einzige so dann meine fliege ich hoffe ich kann die runter holen irgendwie der ist nämlich so weit oben na komm bleib oben bleib oben bleib oben so wo bleiben die anderen fliegen ich habe die gerade angegriffen nirgends da ah die fliegen sind manchmal nervig nein wieso ich verstehe es nicht wieso ist sie jetzt gestorben ich hasse das wenn er jetzt johannes bist du afk gegangen ja is er ach gott einmal mit profis zusammenarbeiten ja jetzt ist er auch hä ja ok jetzt ist er da so klar nein ich sage jetzt nichts dazu da muss man sich zumindest auf die seite stellen es gibt es das kann man nicht machen dass man dann einfach mitten stehen bleibt da kann es noch so wichtig sein da kann die mama noch so viel schreien das habe ich nie gemacht halt wenn wenn ich irgendwo war und es und ich habe dann habe ich mich zumindest irgendwo auf die seite gestellt wo ich nicht angriffen wurde so ja du hast es so richtig zusammengebracht ich habe mein mikrofon ich habe die ganze zeit nein du hast nicht ein mikrofon du warst doch afk weil sonst wärst du nicht gestorben ja aber du kannst nicht sterben das kannst du dem anderen erzählen mit einem frosch du kannst ruhig ehrlich sein dass du nicht da warst ich war da ja aber dann kannst du nicht sterben wie geht das ich glaube es mir ja aber wie kannst du gegen eine Giraffe sterben wenn du am weg zu mir bist dann darfst du nicht einmal angreifen es war nicht meine Giraffe das waren ich weiß nicht wie viele Tiere das waren ja aber die kleinen da brauchst du nur rechte Zungefinger machen die killst du ja urschnell das waren die Fliege dann war es nicht die Giraffe das waren so fliegende also Ameisen beziehungsweise Fliegen die wir eh suchen die sind so easy zum killen halt eigentlich hätte ich nicht sterben dürfen grad gegen die gegen eine Giraffe hätte ich es vielleicht doch verstanden wenn du zusammengegriffen hättest Weil ich war ja schon auf die Hälfte Leben von einem Level hunderte Sarko-Zuführ runter. Ja, aber das gibt's nicht. Das gibt's normalerweise nicht. Ist eh furcht, jetzt ist eh passiert, was wollen wir machen, aber wenn ich rechne, wie viel ich schon ausgehalten habe. Ja, wie viel Leben hattest du? Was? Wie viel Leben hattest du? Ich hab 1600. 1600? Ich hab meiner, hattest du bloß. Nein, über 1000 war der zweitstärkste, wenn du den genommen hast. Ist eh wurscht, jetzt ist eh passiert. Ja. Ja, ja. Ich hoffe, es geht Wertsemen auch mal wieder. So, machen wir den Frosch da. Level 60er schaffen wir leicht. Und du hast den männlichen genommen gehabt, Frosch? Ja. Genau. Und ich glaube... Wenn du da den stärksten, das war die Level 93er, glaube ich, dann hättest du zumindest urviel Schaden ausgeteilt. Halt, die Fliegerviecher dürfen dich nicht umbringen. Weiß ich nicht nur. Egal. So, wo bleiben die Fliegerviecher? Nein, jetzt komm. Nein, du bleibst jetzt da stehen. So. Und das Fliegerviecher kommt her. Nein, jetzt sind da vorne so viele Fliegerdinge, aber im Wasser ist eh scheiße, wenn du das umbringst. Aber du siehst das nicht. Kannst so runterkommen. Du musst nur die rechte Maus klicken, das ist ganz wichtig, wenn die Fliegerviecher kommen und nicht die linke. Aber dann geht's. Äh, was ist nochmal Längenschaden und was ist Breitenschaden? Ich sage, die rechte ist der Breitenschaden für die Fliegerviecher und die andere ist die lange Zunge. Das siehst du sowieso, wenn du drückst. So, dann tun wir mal ein bisschen Force Feeden. Dass er wieder Leben bekommt. Servus Moritz, willkommen im Stream. Ja, weil du vorher Unfollow gemacht hast in der Schule. Weißt du, wie du dann nicht aufgepasst hast auf den Unterricht, sondern einfach nur streamed geschaut hast und unabsichtlich dabei nach Unfollow gemacht hast. Hm. Halt wäre es sinnvoll, einmal in der Schule zuerst aufpassen und dann am Abend, wenn man heimkommt, oder am Nachmittags den Stream zu schauen. Moritz. Ich finde das schön, ich hätte nicht einmal die Zeit gehabt in der Schule, oder? Was ist denn, dass ich das Stream schaue? Da habe ich viel zu viel aufgepasst. Okay, ab und zu haben wir schon Videos auch geschaut, aber das waren auch im EDV-Unterricht oder so. Aber du warst ja im Englisch-Unterricht. Also die Level 12 sollte eigentlich relativ schnell umfliegen, beziehungsweise abhauen. Moritz, du hast gesagt, du schaust in der Schule, das heißt ja nicht, dass du Zeit hast. Hä? Habe ich jetzt gerade irgendwie gesagt, dass du Zeit hast? Nein, ich habe keine Zeit gehabt. Keine Ahnung, du kümmerst dich halt um die Schule, äh, in der Stunde nicht. Halt. Weil dich halt nicht ins Stream auftritt, während der Schule. Na komm, flieg um. Level 12 und ich hoffe, dass der... Na, da will ich keine Fliegeviecher haben. Ist mitten im Sumpf. Aha, so, der ist gleich einmal Level up, das ist gut so. So, da nannte ich keine. Geschichte ist interessant. Weiß nicht, Geschichte habe ich immer urzach gefunden. Wir haben da so dumme Professoren gehabt. Ich finde Geschichte zwar schon interessant, sozusagen als Thema-Geschichte. Und hab mich auch immer interessiert, aber wir haben so langweilige Professoren gehabt, die haben das nicht rüberbringen können. So, Fliegeviecher, kommt's her. Greift's den an. So. Ja. Wieder so zehn Stück Fliegende hingemacht, die dich umgebracht haben. Nein, das waren, glaube ich, mehr sogar. Ja, Markus. Ja, sie haben mich auch ganz schön runtergehaut. Hä? Sie haben mich auch ganz schön runtergehaut. Die sind stärker, glaube ich, geworden, als früher. Ähm, der... Es gab mal einen Patch, der war... Ja, der hat Dinos-Schüler schwächer gemacht. Einige. Ja, der hat... Wie wie ich weiß, das Leben um die Hälfte reduziert, um die Mugee Damage um... Also, war dann bloß ein Viertel. Gab's als ich in der Schule, war schon Streams. Nein, aber es hat YouTube so... Naja, okay, es war ein Anfänger von YouTube. So richtig wahrscheinlich nicht, kann man es jetzt sagen. Okay, ja, dadurch habe ich nicht schauen können, aber... Ich glaube, ich hätte trotzdem nicht geschaut. Und du bist immer noch bei... Ja, aber... Moritz, wenn du schon nichts verstehst von Geschichte, grad dann solltest du aufpassen. Du musst das ja irgendwann lernen. Und Geschichte ist jetzt nicht schwer zu verstehen, das ist einfach... Ja, das ist ein Text, der... Halt sozusagen, dass was passiert ist, dass... Wie kann man sowas nicht verstehen? Was wolltest du grad, Johannes? Ähm... Du bist immer noch bei den gleichen Folgen. Nein, ich bin... Oh... 70-40 jetzt. Also mal... 70-40. Halt nicht mehr 70-50, sondern 70-40. Du verstehst nichts davon, weil du nicht aufpasst. So ähnlich sehe ich das nämlich auch. Weil ich kann nicht irgendwas... Ja, wenn ich eh schon keine halt... Schwierig... Schwierig tun mir dort... Dann muss ich ja noch mehr aufpassen, meiner Meinung nach. Uh, ein Sharko. War nur ein Level 12. War niedlich. Nicht so... Der Level... Aber ich hole mir da gleich eine Schlange und noch ein Sharko gleich dazu. Und das sind aber Fliegeviecher. Schön! Ja! Geil! Level up! Und der Sharko kommt auch noch. Ich hoffe, der Sharko kill... Boah! Nein, jetzt kommt die Giraffe auch noch. Jetzt muss ich weg. Da muss ich nachher noch einmal hin. Die zwei Sachen auf einmal kurz weg hüpfen, ein bisschen was fressen. Jetzt einmal die Giraffe killen und dann den Sharko killen. Weil sonst wäre das ein bisschen zu heftig gewesen. Ja, die Giraffe macht ordentlich viel Damage dann dort. Halt der Sharko macht Damage und dann die Giraffe noch zusätzlich. Das wäre wahrscheinlich mein Todesurteil gewesen. Vermute ich. Wieso rennt jetzt die Giraffe wieder weg? Bleibt doch da! Das gibt's jetzt nicht. Willst du mich verarschen, dumme Giraffe? Remote Use einmal, dass wir da ein bisschen wieder an Leben kommen. Nein, Level up und tot nicht. Ich habe schon mein König gezeigt. So, jetzt kommt dieser die Giraffe. Man muss noch rechtzeitig weg springen. Das ist ganz wichtig. Man muss schauen, dass man ein bisschen Ausdauer hat und dann rechtzeitig weg springen kann. Dann geht's eigentlich. Und da drüben müssen ein Haufen Fliegeviecher liegen jetzt zum Looten. Genau. So, 8 Zementin, 24 Zementin, 28 Zementin und ein Haufen Kerat, äh Kit.